Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In diesem kurzfristigen Video möchte ich euch erklären, warum in der letzten Zeit keine Videos gekommen sind bzw. auch, warum in der nächsten Zeit keine weiteren Videos folgen werden. Der Hauptgrund liegt beim Artikel 13. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, steht der Artikel 13 genauso auch wie Artikel 11 kurz vor dem Beschluss. Ich gehe davon aus, dass der einfach so durchgewunken wird durch alle Instanzen, so dass zu befürchten ist, dass der Artikel 13 mit all seiner Härte umgesetzt wird, so dass auch das Ende des Internets, so wie wir es kennen, bevorstehen wird. Und aus diesem Grund sehe ich jetzt nicht ein, noch weiter Videos zu produzieren, denn schließlich könnte es sein, dass es morgen oder übermorgen oder in den nächsten Wochen einfach alles gelöscht wird. Und dann ist der ganze Aufwand umsonst. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Gründe, wie zum Beispiel Zeitmangel und so weiter und private Gründe, aber auf die gehe ich nicht näher ein. Denn wäre der Artikel 13 nicht, hätte ich vielleicht noch irgendwie die Zeit gefunden, dass ich wenigstens alle ein bis zwei Wochen noch ein Video produzieren kann und es auch online stellen kann. Aber solange der Artikel 13 immer noch so herumwütet, sehe ich es einfach nicht mehr ein, noch da überhaupt meine Zeit und Kraft reinzustecken. Ich hoffe, ihr habt vollstes Verständnis dafür und sollte es doch nicht so schlimm sein, wie ich es befürchte, dann seht ihr mich vielleicht irgendwann mal wieder.